Was geht, Freunde, in der Außenwelt? Wir switchen rüber und let's rock! Oh, Alter. Fängt schon mal gut an hier. Da ist nicht der Fuma noch weiter her, Alter. Geht's zum Herd. Was für Kleiden? Ist aber auch gut, wenn du jetzt zu einer Hochzeit gehst und dir was schickes anziehen willst, nö, ich verkleid mich nicht, ist ja kein Faschling. Was soll? Mario hat nichts anderes zum Anziehen. So geil will auch mein Kleiderschrank mal sein, wo ich mir nie Sorgen mache, weil ich jetzt anziehen will. Oder weil ich anziehen soll. Wah! I'm gay! Warum? Oh, hey, it's okay. Don't cry. Oh, it's okay. Mama mia. Let's have... Yahoo! No! Oh, nein. Oh, nein. Die beiden in den Einkaufsladen und dann... Oh, Klamotten shoppen. Das geht schief. Oh, ich dachte, das fängt ja schon gut an. In das Samurai-Outfit, Alter. Na, jetzt Clowns-Outfit. Wie ist der jetzt so groß geworden? Oh, oh. Das denkt man sich aber auch. Alter, ich musste denen jetzt helfen, weil er zu schwach ist, um sich alleine zu wehren. Aber Mann, Alter, er kann fliegen. Oh, ja, ja, ja. Okay, das ist gar nicht mal so schlägbestimmt. Beste Rap aller Zeiten? Oh, oh. Oh, wait, wait, wait! Oh, 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 oh. Boah, Junge! Depressiv. Ah, das ist doch geil. Er ist der Coole in der Schule. Na gut, vielleicht auch nicht. Oh nein, was soll dabei rauskommen? Okidoki. Genau sowas. Na gut, er hat ja auch nichts an. Es stimmt ja. Außer sein Panzerdorf, wo ich sein soll. Wann kommt denn endlich die zweite Staffel? Ich muss aufhören auf die Tastatur zu hauen, dann runter. Hau nicht. Diese Muckert aber auch. Ich bin in. Little Little Man. What's up? Eh. Eh. No, just look in the chest. Oh. It costs four hundred thousand dollars. Ich habe letztens auch im TikTok ein Video gesehen, wo einer sich eine goldene PS4-5 geholt hat. Also nur so ein Goldcase hier. Das war so ein Goldcase drauf. In irgendeinem Koffer. Wahrscheinlich selber gebaut. Ich habe keine Ahnung. Für 10.000 Euro. Wer gibt denn bitte so blöderweise 10.000 Euro für eine Goldlackierung aus? Total bekloppt. Na gut, gab es nicht erst jetzt einen Fall mit Luca und seiner Freundin, wo sie ins Auto eingebrochen sind und Handtaschen im Wert von 60.000 Jetzt war eine Frage. Wer hat denn Handtaschen so viele noch im Wert von 60.000 Euro? Wer kauft denn bitte so viele Handtaschen? Gut, vielleicht hat es sie irgendwie gebraucht. Vielleicht hat es ein Model-Deal oder so. Keine Ahnung. Aber für private Dinge. Nehmen wir mal an, das war privat. Wer braucht denn privat so viele Handtaschen im Wert von 60.000 Euro? Da hat doch eine Handtasche bestimmt 1.000 oder 2.000 Euro gekostet, Alter. Fallen die Fliege hängt hier statt hier? What? I got a bill for how much? Was für verdammte Scheiße ist das für ein Ausfait? Der hat den angezogen! Among Us sollte bestimmt ein Pokémon sein, weil Pokémon rufen ja auch immer nur ihre Namen. Das frage ich mich aber jetzt auch. Ich bin schon mit dir so ein Go-Go. Gibt dir doch jetzt nicht einen Trainingsanzug, oder? Ey, Raum! Ey, er will doch nur Kleidung und landet in Raum von Geist und Zeit? Was? Was machst du? Was geht hier? Mario hat doch nur die eine Power auf den Kopf springen, oder Stampfattacke. Okay, er kann Binocchio-Style also auch. Oh, Scheiße. Halt's auf! Ja! Was ist ein epischer Kampf, Alter? Die fühlt sich immer noch, Alter! Oh, oh, das ist mein Lieblingsanzug. Oh, die guckt sich niemals an! Oh, fuck, Alter! Mama Mia! Ist es nicht eigentlich Mario, der immer so... Nee, gut, im Prinzip... Naja, das aussieht wie es mit seiner Kleidung. Was ist das jetzt hier? Danny Phantom-Verwandlung, oder was? Sollte das so sein? Es brennt einfach an. Ey, die prügeln sich doch bloß! Wieso brennt denn das dann dort? Nice. Nice, na, perfekt. Das war geil. Ich hoffe, ich hat das Video so gefallen wie mir. Die Sinne verabschieden mich und bin damit raus.